hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren kleinen update bei wild revolt 2 ich bin ein bisschen krank das hört man vielleicht also wir haben hier jetzt das habe ich die letzte zeit aufgerüstet also hier habe ich den bogen schützen auf level 5 aufgerüstet der paladin der wird gerade auf level vier ab ab gegratet gab also der wird das gerade auf level 4 hoch gestuft dann haben wir hier 1245 viele viele wieder dadurch dass er mir gescheitert sind das kann ich ja mal kurz zeigen nicht hier wartet und kann uns mal sehen ach scheiß drauf dann haben wir hier level 6 da haben wir auch level 6 und hier haben wir auch in level 6 sitzen hier schönes können kaufen tatsächlich so der tun wir es mal ausrüsten der ist auf jeden fall besser als unsere alter so dann haben wir hier alles wir haben jetzt hier alles auf level 3 ich glaube das war beim letzten mal noch nicht so mein held ist jetzt auf level 32 und viel mehr habe ich da jetzt eigentlich gar nicht gemacht glaube ich dann hier bin ich jetzt auf level wieder in der bronze liga wieder mal abgestützt also für auf dem ersten platz und weil ich jetzt nicht so ach ja das war es eigentlich sogar greife noch einmal einen an der uns ebenbürtig ist auch wenn ich so viel geld oder ach shit den greife einfach mal an obwohl ich befürchte dass wir gegen den keine chance haben einfach mal so denke ich ich weiß es ja nicht null bock null bock auch nicht schlecht tschuuu tschuuu so hoffen dass wir gegen den gewinnen obwohl das könnte ja eigentlich gut möglich sein so weg mit dir du scheiß affengesicht so weg mit euch der zauber ist eigentlich ganz geil der truppenzauber anti truppenzauber muss man ja sagen der ist eigentlich ganz geil nachdem hören wir dann auf nach diesen hier ich bin auch wie ihr hört ja ich habe es ja schon gesagt glaube ich dass ich krank bin und da macht es für euch wahrscheinlich auch nicht so viel spaß mir dann da hier zuzuhören denke ich einfach mal ich weiß es ja nicht aber ich denke schon aber ich muss einfach jetzt die zeit ausnutzen weil ich sonst keine mehr finde und dann muss ich natürlich jetzt hier dann obwohl ich so will ach das ist muss Und damit würde ich sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.